Herr Malmsermer, was hat Sie als Kind glücklich gemacht? Da kann ich rundheraus und gerade antworten, Schokoladenpudding. Der Schokoladenpudding meiner Oma war mit Abstand das Schönste. Ich meine, die Umstände, die es erlaubten, dass Schokoladenpudding mich glücklich machte, waren natürlich auch etwas anders hervorzuheben. Aber wirklich glücklich gemacht hat er wieder Schokoladenpudding meiner Oma. Das kann man nicht anders sagen. Haben Sie sich als Kind einmal arm gefühlt? Nein. Nein, das habe ich nicht. Ich komme aus einer Familie, die sich nicht immer hat alles leisten können. Aber Armut haben wir nie empfunden und ich schon gar nicht. Außerdem habe ich die meiste Zeit, obwohl wenig Geld da war, doch sehr reich gelebt, muss ich sagen. Stimmt die Gleichung, reich gleich glücklich? Oft ja. Natürlich. Nicht immer und nicht ausschließlich, das ist richtig, aber oft genug. Natürlich ist es eine Grundvoraussetzung, eine von vielen. Welche Auswirkungen hat Armut auf die Entwicklung von Kindern? Oh, ich glaube, ganz schlimme. Wenn man Kindern eine bestimmte Grundvoraussetzung und Grundbedingungen nicht einrichten kann, dann bleiben sie zurück, glaube ich. Ob das sozial ist oder in sozialen Entwicklungen oder in der mentalen Entwicklung, das spielt keine Rolle. Aber wenn man ihnen keine Möglichkeiten einräumen kann, dann geht das zu ihren Lasten. Wie Kinderarmut bekämpfen? Ich frage jetzt erstmal, wo? Die Kinderarmut in Somalia ist eine andere als die in Gräsenkirchen. Also ich denke, man sollte sich da, wo man ist, darum bemühen, dass die Eltern, dass den Eltern Möglichkeiten eingeräumt werden. Und dann hat sich für die Kinder gleich auch was getan. Kinderarmut, was würde Jesus dazu sagen? Ich weiß nicht, was das auf Hebräisch heißt, Kinderarmut. Ich glaube, er findet das auch scheiße. Wenn ich mich recht entsinne, hat er Kinder sehr wichtig genommen, immer. Und da er ein sehr ausgeglichener und freundlicher Mensch war, hätte ihn das, glaube ich, sehr gestört. Was würden Sie einem armen Kind ins Poesiealbum schreiben? Die Frage habe ich mich unglaublich aufgerichtet, weil ein armes Kind kein Poesiealbum hat. Das ist auch das allerletzte, was ein armes Kind braucht. Ein Poesiealbum, noch irgendein Sinnspruch darin. Ich würde versuchen, dass ein armes Kind nicht arm bleibt, wie auch immer. Was in meiner Kraft steht. Ich habe ja selber zwei, versuche ich. Aber ich glaube, Poesiealbums-Sprüche sind das Letzte, was arme Kinder brauchen. Jetzt die Frage, die wir dazugefügt haben. Also die achte. Stellen Sie sich vor, Sie machen bei einer Poster-Kampagne Werbung für mehr Kinderlobbyismus. Welcher Werbespruch müsste aufs Poster? Also wenn ich das Poster selber machen würde, weil wir darunter stehen, ich habe zwei und Sie, so, das würde ich da draufschreiben. Weil ich finde, um den Kinderlobbyismus, wenn man das jetzt ein furchtbares Wort, aber jetzt haben wir es schon gesagt, um den voranzutreiben, finde ich, sollte es erst mal mehr Kinder geben. Wenn Kinder normal werden, keine Ausnahme und kein Luxus sind und auch keine Belastung, sondern in ausreichender Zahl vorhanden sind, dann gibt es auch genug Leute, die sich um sie kümmern werden. Da bin ich sicher. Ich meine, danke fürs Interview. Jetzt haben wir ein inneres Fußball.